Die meisten Krebsmedikamente schon heute sind in den Entwicklungsländern nur für 1,5 Prozent der Bevölkerung zu haben. Der durchschnittliche Preis der neuen Krebsmedikamente heutzutage liegt irgendwo bei 5.000 bis 7.000 Franken pro Monat pro Person. Das andere Phänomen ist, dass bei der jetzigen Preisentwicklung unser soziales System, unsere soziale Finanzierung es bald nicht mehr in der Lage sein wird, das zu bezahlen. Und wenn das Medikament auf den Markt kommt, gibt es sehr häufig sehr wichtige, häufig nicht zu verstehende Limitations, sodass wir vielleicht ein neues Medikament, das sehr wirksam wäre in der Erstbehandlung, erst dann brauchen können, wenn der Patient schon zwei, drei oder vier therapeutische Linien hinter sich hat, wo dann das Medikament weniger wirksam ist. Also wir haben hier ganz klar jetzt in der Schweiz schon jetzt eine Entwicklung zur Zweiklassenmedizin. Jeder Versuch, den es gegeben hat in den letzten Jahren, irgendwie dem Bund mehr Möglichkeiten zu geben, die Preise zu kontrollieren, ist gescheitert, weil einfach die Pharma-Lobby viel zu stark ist. Der wichtigste Schritt, um dann die Preise senken zu können, wäre, die Pharma zu verpflichten, Transparenz zu kreieren, sodass man weiß, wie viel die Produktionskosten und wie viel die Entwicklungskosten wirklich waren, weil höchstens ein Zehntel von dem, was sie angeben, ausgegeben wird für die Entwicklungs- und die Produktionskosten. Die Hochpreise vieler Medikamenten, aber vor allem der Krebsmedikamenten, sind überhaupt nicht legitim, weil sie weder den Produktions- noch den Entwicklungskosten entsprechen. Und weil sie einfach da sind, weil die Pharma, die einzige Industrie auf der Welt, vielleicht noch mit Prostitution und Drogenhandel, ist, die jedes Jahr 20 bis 25 Prozent Gewinne ausschreibt. Keine andere Industrie hat solche Gewinne. Die zwei wichtigsten Möglichkeiten, diesen Zustand zu bekämpfen, sind auf der einen Seite Transparenz über die Kosten zu schaffen und auf der anderen Seite die Zwangslizenzen. Eine Zwangslizenz wäre natürlich nicht nur bei uns, sondern auch in den Entwicklungsländern, die beste Waffe, um die Kosten zu senken. Bei uns wäre sie noch viel wichtiger, nicht nur, weil wir dadurch sehr viel Geld sparen würden, aber ich glaube, die Tatsache, dass man in der Schweiz, die als Hochburg der Pharma-Montis gilt, eine Zwangslizenz erreichen könnte, würde weltweit als Beispiel gelten und würde eine Lawine von solchen Prozessen mit sich bringen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.